Hallo aus Lübeck. Wir haben heute eine Sportster 1200 Iron für euch. Ein paar Sachen sind hier nicht mehr ganz serienmäßig. Das ist zum einen der Auspuff von Miller, die beiden Endtöpfe. Das ist ein seitlicher Kennzeichenhalter. Wir haben dunkle Blinker-Abdeckkappen hier drauf und ich glaube, das war es dann auch soweit. Das Motorrad ist aus 2018. Hat jetzt etwas über 4000 gelaufen, 4009 genau. Steht bei uns für 11.500 Euro zum Verkauf. Also wenn ihr Interesse habt, kommt gerne vorbei. Guckt sie euch an bei uns. Bei Kaufinteresse ist natürlich auch eine Probefahrt möglich. Wetter passt. Allerbestens dafür. Also wir sehen uns in Lübeck. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.